Ich war Ballionskommandeur und das war das Höchste. Ballionskommandeur hat mir wirklich wahnsinnig viel bedeutet. Und dann kam der Anruf zur P. Meine Zeit war rum, zwei Jahre, Ballionskommandeur. Dann bin ich umgezogen nach Bonn, habe ich gebaut und bin hingefahren. Und dann hat mir das Spaß gemacht, weil ich anderen Menschen auch helfen konnte. Da war ich verantwortlich für die Generalstorbsiere Oberst-Zeugnante, Oberst-Zeugnante Oberste und für Nicht-Generalstorbsiere Verwendungsgebiet 3. Und da bin ich zum Teil noch Oberst geworden. Meine Verwendung war nur Oberst-Zeugnante-Verwendung. Also es hat alles gepasst. Es macht mir Spaß. Auch wahrscheinlich das Wissen einzubringen, was Sie jetzt schon erworben hatten, oder? Ja, ich hatte nun doch schon ein bisschen Erfahrung. Ich war immerhin schon 20 Jahre Offizier, über 20 Jahre. Und da bringt man schon was mit rein. Und dann hat es mir einfach Spaß gemacht, anderen Menschen zu helfen und auch mal die Wahrheit zu sagen. Es waren viele Vorgesetzte, die haben mich geweigert, den Soldaten die Wahrheit zu sagen. Und ich habe gesagt, ich sage von Anfang an die Wahrheit. Fand ich das schwer. Aber im Grunde genommen war es sehr erfolgreich. Ich habe meinem Oberst-Zeugnante gesagt, sie wären nicht mehr Oberst. Ich habe gesagt, man hat doch nicht gesprochen. Ich habe gesagt, sie haben versprochen, sie wären es nicht. Sie wären nicht, weil ich nicht will. Und dann habe ich gesagt, jetzt sagen Sie bitte, was wollen Sie machen? Wo wollen Sie Frau KK werden? Verdammt, der Kommander. Da und da. Und dann habe ich für ihn gesucht, da und da, das Pästchen. Und so habe ich den Menschen zufrieden gestellt. Und dann, das hat mir auch Zufriedenheit gegeben. Ich war leider nur zwei Jahre da. Dann war es, da war ich schon, nächste Veränderung. Zufriedenheit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020